Ein Massaker sei es gewesen, so schildern Anhänger der Muslimbrüder hier im Lazarett das Vorgehen der Polizei. In der Nähe ihres Protestcamps im Osten Kairos soll sie mit scharfer Munition gezielt auf Unterstützer des gestürzten Präsidenten Morsi geschossen haben. Als ich versuchte, meinen Bruder anzurufen, nahm jemand anderes ab und sagte, dass Ahmed zwei Kugeln in den Kopf bekommen habe und tot sei. Videos aus der Nacht, von den Muslimbrüdern veröffentlicht, offenbaren bürgerkriegsähnliche Szenen. Deutlich sind Schüsse zu hören und zu sehen. Die Muslimbrüder hätten den Vorfall provoziert und aufgebauscht, sagt Innenminister Ibrahim. Ich sage es nochmal, das Innenministerium lässt niemals mit scharfer Munition auf Bürger schießen. Die Proteste der Muslimbrüder würden ohnehin sehr bald ganz aufgelöst. Dennoch sind die Muslimbrüder von Neuem auf der Straße. Sie bleiben dabei. Morsi muss wieder in sein Amt eingesetzt werden. Es macht sie wütend, dass er in das Gefängnis Thora kommen soll. Dort ist auch der ehemalige Präsident Mubarak inhaftiert. Ein Einlenken der Muslimbrüder könnte die Gewaltspirale durchbrechen. Aber danach sieht es in diesen Stunden nicht aus. Aber dann wunderschön.